Musik Wir befinden uns in der Wasserkirche, einem der schönsten und zentralsten Orte der Stadt, mit sehr viel Geschichte. Ich bin Hans-Peter Riegel, bin Initiator und Kurator des Digital Art Zurich Festivals, kurz DAS genannt, und das ist das größte Festival für digitale Kultur in der Schweiz. Und hier dreht sich alles ums Gaming. Ihr seht so ein bisschen aus wie in einer Spielhölle oder wie im Kindergarten auf eine gewisse Weise, aber was wir hier machen, ist die Art of Gaming, also die Kunst des Gaming. Wir zeigen hier Spiele, die künstlerischen Ansprüchen genügen, die inhaltlichen Ansprüchen genügen, keine Ballerspiele, sondern Strategiespiele, unterhaltende Spiele, komplexe Spiele, in verschiedenen Richtungen. Kirche und Gaming passen eigentlich sehr gut zusammen, aus einem ganz einfachen Grund, weil in den Games, die wir zeigen, geht es um soziale Fragen, um gesellschaftliche Fragen, zum Beispiel Umweltschutz oder auch Einsamkeit, Verlassenheit. Also alles Themen, die natürlich auch in der Kirche eine große Rolle spielen. Und es lohnt sich wirklich in die Wasserkirche zu gehen und diese tollen, fantastischen, unterhaltenden Spiele für jedermann auszuprobieren. Untertitelung im Auftrag des ZDF,